Ich dachte schon immer, dass die Weltbevölkerung dumm ist, denn niemand in der Welt müsste sich wertlos füllen oder ungeliebt, wenn sie alle mal in der Welt aufhören würden, von ihrer Macht zu prangen. Sie alle leben nur für eine bestimmte Zeit und sie alle können am Ende von ihrem Leben davon nichts kaufen. Ob man Arm oder einen Mittelstand im Leben besitzt, warum leben wir alle? Was genau sind eigentlich wirklich unsere Bedingungen von unserem Leben? Und was erwartet man von Leben? Nun, wie wir alle im Leben wissen, haben in der Welt Männer die größten Kriege bestritten. Und würde man auch der ganzen Menschheit zurückrechnen, dann würde man erkennen, dass Männer mehr gemordet haben als die Frauen. Ich denke, das liegt daran, dass ein Mann immer mehr versuchte, mit Gewalt die Macht an sich zu reißen. Alles, worum es den Männern ging, war Liebe. Die Liebe zu einer Frau. Ich befürchte, wir führen Kriege, weil die Frau uns in der Weltgeschichte es schwer macht, um am Ende Liebe, Achtung, Verständnis zu erlangen zu können. Also würde ich behaupten, dass die Frauen schuld sind in aller Welt. Dass Männer Kriege führen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Männer in der Geschichte dumm sind. Denn sie denken nicht weiter, dass man unschuldige Männer dafür tötet und vielleicht dabei auch selbst getötet wird. Die Frau ist schuld, dass wir uns bekriegen, weil sie alle nur eines besitzen wollen. Anziehung, Macht und Ruhm. Würde Frauen mehr in aller Welt der Männer die Chance geben, würde es weniger Mord, Sexualmord und andere Verbrechen geben. Die Frau ist eigentlich das Geschlecht, um den ewigen Frieden zu erlangen. Denn sie haben alles, was ein Mensch braucht. Ein weiches Herz, Verständnis und Mitgefühl. Wenn sie endlich aufhören würden, den Harten zu spielen zu müssen. Denn die Frau hat mehr Empathie und Verstehen, die Liebe mehr als ein Mann selbst verstehen wird in dieser Welt. Ich habe die Welt der Menschen verstanden, weil ich gelernt habe, sie zu studieren und nicht mit ihnen zu leben.